Wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, die gemütlich ist, aber nicht zum ewigen Verweilen einlädt. Wir kochen saisonal und überwiegend regional. Wir legen natürlich Wert auf Produkte aus der Region und kennen Verbauern aus Brandenburg, von denen wir unser Fleisch beziehen zum Beispiel, auch unser Gemüse. Unser Lokal ist ausgerichtet auf ein Mittagsgeschäft. Dann haben die Kellner viel zu tun, die Köche haben zu tun, der Spüler hat zu tun. Was hinter den Kulissen abgeht, kriegen die Gäste nicht mit. Da fallen bergeweise an dreckigen Geschirr und Töpfen an, die schleunig sauber gemacht werden müssen. Dafür brauchen wir ein effektives Spülmittel, damit der Kreislauf läuft wie geschmiert. Wir haben biologische Spülmittel ausprobiert. Da haben nicht alle so richtig gut funktioniert. Da muss man manchmal auf die konventionellen Mittel zurückgreifen, die man kennt. Schön wäre es natürlich, wenn man was nehmen kann, was ein bisschen nachhaltiger und besser abbaubar ist. Das war's prima. Wie geht es? Das war's damals für kein Wesen.